Herzlich Willkommen zurück zu The Legend of Zelda! Majora's Mask. Wie oft hab ich das jetzt angesagt? Dreimal. Sehr gut. Ey, du musst doch auch passen, dass da oben steht. Nein. Doch. Nee. So, ich geh jetzt ins Mulatte. Äh, nein? Nein? Weil der nicht Mulatte heißt. Dann geh ich jetzt ins Latte. Nicht da. Völlig falsch. Da. Wichtig. Ju, was geht! Ich bin jetzt Mitglied! Yeah, 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 yeah. Ich bin eine Member. Milchbar. Milchbar. Hey, Hallo, hey! Aber es ist noch zu früh. Um 10 Uhr musst du nochmal kommen. Dann hat sie wirklich geöffnet. Dann gucken wir uns noch mit Wissern an. Ops, oder? Oh yeah, wenn du hier noch... Ah ok, du hast noch nicht die letzte Transformations-Maske Dammit! Was machst du? Die Zeit? Oh, hoppla Verkackt Ähm... Nicht schlecht, ich bin was hier nicht Ja, das war gut Dan-dan-dan-dan-dan-dan-dan-dan-dan-dan-dan-dan-dan Auch schon wieder fädig was anderes Das ich eigentlich gemacht habe Warm Sam 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 Warm Sam Sam Guli 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 Warm Sam Sam Ich könnte niemals auf so ne Scheisse kommen Ich auch, ach so Ok, ja ich schon Ich hab das Lied mit dem Wirren Herr Traus in meinen audioserf gespielt Ich weiß, ich war dabei Ja Warst du bei ihm? Ja stimmt, du hast es dir anhören müssen, dann hat er den Ton gekappt Ich hab's mir anhören müssen. Ich muss für heute Abend noch einige Vorraten treffen. Später, Alter. Nee, eigentlich hab ich die Rote 1, keine Ahnung welche Rote das wirklich ist, Theme von Pokémon Gold, Silber, Kristall gemacht. Und du kamst dann mit Aramsamsam. Ja. Was ist durchaus nicht falsch bei dem Melodie... Melodie... Melodonischen Konzept dieses Themes aus der Rote. Melodie Melodonischen Konzept des Melodonischen Konzepts, so. Ja, das ist richtig, ja, genau, das ist Deutsch. Wunderbares Deutsch. Besser geht's nicht. Wunderbarhaftig. Weil's von mir kommt. Ja. Ja. Ich bin der einzig wahre Deutsch-Typ ich, äh... Die Deutsch-Melodie. Mhm. Ey, 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 ey. Das ist gleich 10 Uhr. Ja, aber weißt du was? Das wäre jetzt, äh, fein. Fein? Ja, die würde dir sagen, ähm... Guck mal, unten auf der Uhr steht der Zeiger. Fünf vor zehn. So ungefähr sind ihre Tipps. Okay. Ja. Ja, du musst schon, äh... Ja. Ah, du bist ermüdlich. Bitte treten sie ein. Ah, äh... Die Biegen will ich. Oh, hier geht die direkt schnappen. Ja, es ist ja nur ne Bar. Ja, schade, dass du noch nicht die letzten Transformationsmissker hast. Dann könntest du jetzt hier eine Maske bekommen. Hä? Bäh, ey da, Stress. Ich bin beschäftigt. Gorman, der Leiter der Wandertruppe, wurde ins Notizbuch eingetragen. Genau von denen. Ne lustige Maske. Sehr hübsch. Okay. Oh, ja. Ne, äh, sprich mal dem Typen an, der gerade gekommen ist. Der hat sich doch jetzt hingesetzt. Ach so. Sag doch, Gormel. Wir kennen dich doch jetzt. Ey, du! Milch. Ich will Milch. Kann man von Milch eigentlich ein Schwibs bekommen? Was? Ich trau mich nicht so an. Äh, ich bin ja nur vermehdet zweitgeborener. Mein älterer Bruder kann viel besser mit Pferden umgehen als ich. Auch mein jüngerer Bruder ist mir da um einiges voraus. Ich habe die Ranch verlassen. Bin in die Welt des Showbusiness gerutscht. Bin viel herumgekommen. Aber wozu das alles? Für nichts! Aber ich musste einfach in die Unterhaltungsbranche einsteigen. Es ist einsam. So einsam. Es starr mich nicht so an. Ich erzähle dir gleich nochmal dasselbe. Komm ab! Okay. Der Arme. Wir hätten eigentlich einen Auftritt gehabt. Aber er wurde abgesagt. Dieses Lokal steht in dem Ruf, ein hervorragender Platz für Livekonzerte zu sein. Was für eine Schande. Trotzdem würde ich gerne einen Soundcheck machen. Ich möchte einmal nur erleben, wie es gewesen wäre. Hey du! Würdest du mir wohl zur Hand gehen? Nee, nicht jetzt. Du kannst es auch nicht. Ja, egal. Okay, du spielst doch die Ocarina. Der nicht in Winter ist. Einwerberling. Na gut. Okay, hattet genau auf. Ja, das muss man jetzt nachspielen. Das war falsch. Das hat alles noch einen tieferen Sinn spät. Bzw. Gleich, wenn du dir die Maske holen würdest. Okay, das hört sich gut an. Was hält sich dann sich gut an? Dieser krächtste, sinnlose Lärm etwa? Toto, der Bandmanager wurde ans Notizbuch eingetragen. Ah, ich habe eben schon mal in meinen T-Spur eingefahren. Ja, das ist ja schon mal was. Das stimmt. Aber, Dr. Keeper? Willkommen. Muss doch sein. Ah ja. Rufen Sie nach mir, wenn Sie etwas möchten. Heute Nacht haben wir besonders gute Milch im Angebot. Möchten Sie vielleicht etwas Romani, bevor der Mond zum letzten Mal über den Himmel zieht? Feinste Romani... Chateau Romani. Chateau Romani Eutermünsch. Genau. Feinste Chateau Romani. Ostrum-Nustadt. Nicht wahr. Latte. Latte. Wo steht ihr eigentlich? Ja, du hast wohl eine andere Latte. Kundenregelung der Milchballatte. Unser Kontingent an Milch ist begrenzt. Aus diesem Grund schenken wir nur an Mitgliederhaus. Ohne das Zeichen der Mitgliedschaft kommen sie leider nicht in den Genuss unseres Ausschanks. Besitzer. Ein Freund. Sicher Besitzer. Was? Ein Freundlicher Besitzer. An sich ja. Ja, eine Kuh. Na, guck mal. Stehen geblieben ist die Kuh, was wollen sie im Kenyon, hä? Das ist besonders gefährlich, vor allem für eine blöde Kuh, hä? Wartet. Oh, MG, ein Schwert? Du kennst der Hasenriff. Kuh mit einem Schwert? What the fuck? Egal. Okay, ich lasse dich einfach mal. Zeit. Ja, ähm. Wir müssten dann mal langsam die dritte Maske suchen, die war im Süden, ne, ja, Quatsch, im Süden war ja schon. Im Westen. Wir müssen erst mal nach, ähm, ja, nachher um, na, bestem Oststadt. Sag ich schon. Was ist denn? Neben allgemeinen Sitz erstmal. Dann zum Postpo. Gib mal. Oh Gott. Oh nein. Tüppi, die Welt wird untergegengen. Die Tüppi, die ist ja bergelt. Tüppi, die tut sofort, eh. Tüppi, die ist ja bergelt. Tüppi, die ist ja bergelt. Und hier, die zweite, also die erste Tümmel. Nein. Dann sag nicht genau. Na ja, du bist dahin gegangen, deswegen... Okay, ja, so. Dann lass es. Ich stehe bei 9 bis 15. 9 bis 15 nur, ja. Es ist 9 bis 15. Ich wollte es gerade erklären, damit meinen sie Tagsliebe. Die sagen dann wirklich auch schon... Stimmt, es ist doch das so. Da steht ja nicht 22. Ja, das ist gut. Ja, das ist der andere gesprungen, cool. Ja, dann gehen wir raus. Hm... Aus der Unruhstadt, Mann. Geh raus. Ja bitte, ich muss ja erstmal gucken, was ich alles mit habe. Das Scheiße hast du mit. Nein, das leider nicht. Hätte ich auch gern mit dabei. Oh, ich denke nicht so schön. Sieht schön aus, sieht schön aus. Puh mal deine Bomben raus, falls du willst. Perfekt. Das ist wunderschön. Au. Nein, du sollst mich einsetzen. Das ist nicht jetzt. So, geh da hinten hin zu einem Stein. Rechts. Weißt du denn schon, was das ist? Hast du schon schon... Ja. Hast du? Diese Sandkiller bewegen sich sehr schnell. Ich weiß, das ist nicht gerade das, was du hören wolltest. Aber... Tja, so bin ich halt. Oh wow. Die sind aber auch sehr schwach. Ja. Die sollen eigentlich auch nur nerven. So, und bomm diesen Felsen weg. Und wer ist das? So, jetzt runter da. Ich mich auf dich erinnere, wirst du aber... Ja, ich hab jetzt absichtlich mein Satz gesto... oh... gestoppt. Ich hätte auch einfach die Bombenmaske nehmen können, oder? Klar, auch. Die hab ich ja. Ähm, äh? Nicht der Ziele, ich denke, nicht der Ziele. Wieso machen sie das nicht bei Mario, sodass ich hochgucken muss? Weil das nicht Mario ist. Na und? Ja. Das ist der einzige Grund. Guck mal, Link guckt ins Licht. Ja, ja. Wenn du ins Licht trittst, dann guckt er. Er muss einfach hinsehen, es ist so wunderschön, du Rania. Dinger, ach guck mal. Das sind neue, die musst du mal auch verteilen. Na warte kurz, ich will erstmal tritzen. Nee, ich hab euch das gegessen. Eine Biodeko, Rania. Beruhige dich und ziele genau. Gib mir ja nicht die Schuld, wenn ihr nach einem Treffer nicht erledigt ist. Wenn du meinst... Ja. Geht man da runter? Du willst Deku? Ja klar! Nee, 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 ich meinte ganz was anderes. Also ja, ich meinte schon das, aber... Was? Ne? Ah, das halt. Eier. Wie glaubst du, woher kommen wir unter Wasser? Mit ner Titankappe. Nein, kein... ist Mario für Link. Ich würde niemals den Hut gegen einen anderen Hut austauschen, also ich bitte nicht. Äh? Hier kommt er wieder 2. Weil er insgesamt 2 m tief tauchen kann. Guck mal. Mehr bedeutet das nicht. Wir können in ner 2 m tief tauchen. Weil... Er ist nicht besser, Carl. Ja. Na ja. Er ist die Silberschuppe und dann die Goldschuppe. Ja, keine Ahnung wie man da runterkommt. Ja, und deswegen habe ich auch das aber gesagt. Das ist mit dir noch nichts. Ich wollte mich nur herum probieren. Na schon, damit die Folge wieder mit simtenlosen Stuff gefüllt wird. Genau. Oh, ich sehe was du da gemacht hast. Oh, ja. Und rate mal wie du hier über den Zaun kommst. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Ja. Ja, spätestens wenn der Mond runterkracht. Oder einer der dieser Gottheitsdinger seinen Fuß drauf packt. Und durch das auch zerbrechen. Aber auch weh tun glaube ich nicht. Ich habe jetzt wieder mal eine Staffel. Ähm. Und hat er nicht abgesetzt. Weil... Er nicht wollte. Er fand das toll. So, ähm. Das ist ja kein Schaden. Genau. Wo? Wie komme ich über diese Mauer? Auf der Mauer? Auf der Lauer ist es der kleine Wahnsinn. Auf der Mauer... Ich habe es mir irgendwie gedacht. Krank стороны... Ich schwörte auch schon in meinem Kopf. Seht euchmit die Wanzer an. Wie die Wanze tanzen kann. Auf der Mauer, auf der Lauer ist es die kleine Wanze. Auf der Mauer, auf der Lauer ist es eine Kreine Wanze. Auf der Mauer, auf der Lauer ist es eine Kreine Wanze. Auf der Mauer, auf der Lauer ist es eine Kreine Wanze. Ja, die Geg ediyor hier b currentiert. Das äh premium bkeit nicht weiter. Ja, ja, ja. Wollte nur sagen. Gesagt und haben. Gevous. Seht euchmit die Wands an. Wie die Lauer ist es eine ... �. Ja, auf die Neue, das ist eine kleine Nation. Ja, wen hast du denn befreit? Für den letzten Part. Warte... ...klammig sitzt hier am Rettung. Hm... Ja... Jo... Ich guck nur... Ähm... Tja, links... ...don't... Ähm... Du m'n hanno umb**** ...döم, d 뛰em, te điều, ne попробую ich ihm verpassen? Nein... Woher kommst du noch einer? Wo ich einer sein will!? Hm... Ähm... ... Ratterratterratterratter Denkapparat Denkt immer weiter Denkt, hat eigentlich auch schon fast fertig gedenkt, aber ist sich unsicher Du merkts Im letzten Part habe ich eigentlich nur nie den Milchwaren begleitet und davor halt Ich weiß gar nicht wie er in die Milchstil-Wagenfahrt ging, ob das ein Part war Ne, der Part, der war sogar nur noch der Abschluss Der kurze Schön, dass bin ich gelaufen Oder hab geredet Mit ihr Nein Der Milchbeschützungs-Part lief eigentlich nur ein paar Minuten Genau Der Großteil des Parts davor hast du So mit so ein paar Wrench-Geister erledigt Genau Ja, aber Direkt davor, als du zu Wrench gegangen bist, kam eine Cutscene, mit der du jemanden befreit hast Oder beziehungsweise den anderen geguckt hast Dann hast du ein Liedchen erlernt, womit du dir holen kannst Habe ich? Ja Da ist es Da 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 Ah Ah Eieieiei Denkapparat Verdammt Ja, ich meine, es ist gerade um die Uhrzeit nicht mehr so... Hoppla Aktiv Nicht mehr so funktionell, genau Naja Naja Das Äh Schaffst du es nach vor Ablauf des Parts Es scheint nicht so Da 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 Ne Da 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 Ne Ne, ist ja richtig gemacht Nein Doch, hoch, links, rechts Anscheinend nicht Nein Achso, deswegen wahrscheinlich Ja Ok, steht super richtig Scumbag analog stick Sieh 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 Ich kann sie aber immer rufen, oder? Alter, ist das genial Ah Das hatte ich ja auch noch nie Hammer Hm Ja, jetzt so Ne, ich glaube, die spawnt dann nicht neu, sondern wird wirklich so versuchen, dir zu folgen Ja Sag ich doch Du musst, äh, am besten in das Loch Ja, genau Dann wieder raus, aber wirklich weiter weg Ansonsten spawnt sie dann wieder Ja Na ja, aber das ist nichts Genau Und bis dahin, wartet weißes Licht Haut der Rinsen mit dem Grinsen Tschüss Und Drei 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 Vielen Dank.